Im Video vom letzten Sonntag haben wir neben der Abgabefrist darüber gesprochen, welche Angaben in den Steuererklärungen 2022 zu machen sind. Erstens, damit der Vorsteuerabzug für die in 2022 angeschaffte PV-Anlage nicht gefährdet wird. Zweitens, wie der Verbrauch eines Investitionsabzugstrages zum Beispiel aus 2021 in der Einkommenssteuererklärung 2022 an das Finanzamt zu übermitteln ist, damit er nicht wegen der fehlenden Übermittlung rückgängig gemacht werden muss. Und drittens, warum wir empfehlen, einen Verlust aus der PV-Anlage auch in 2022 noch zu erklären. Im heutigen zweiten Teil geht es um zwei weitere Hinweise zur Steuerminderung. Am kommenden Sonntag im dritten Teil besprechen wir dann noch die Möglichkeit eines Investitionsabzugsbetrages in 2022 und zwar für eine erst in 2023 angeschaffte PV-Anlage. Mein Name ist Stefan Mücke und wenn Sie Steuerzahlen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Im letzten Video haben wir die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 2022 und die darin zu machenden notwendigen Angaben besprochen. Heute besprechen wir zwei weitere Punkte. Punkt 1. Wir können bei der Einkommenssteuererklärung Handwerkerleistungen steuermindernd berücksichtigen. Handwerkerleistungen betreffen den Dienstleistungsanteil, also nicht auch Material. Der Höchstbetrag beträgt 6.000 Euro pro Jahr. Handwerkerleistungen sind aber nur als solche zu berücksichtigen, soweit keine Betriebsausgaben oder Werbungskosten vorliegen. Das Bundesfinanzministerium erlaubt durch das BMF-Schreiben, durch eine Fiktion zur Liebhaberei bei steuerfreien Anlagen, die Installationskosten als Handwerkerleistung zu berücksichtigen, auch soweit Strom mit Gewinnerzielung produziert und verkauft wird, also eigentlich Betriebsausgaben vorliegen. Die Fiktion zur Liebhaberei suspendiert die Betriebsausgabeneigenschaft der Installationskosten. Diese Vereinfachung war notwendig, weil der Gesetzgeber bekanntlich mit seinem Konzept einen Scherbenhaufen im Gesetz hinterlassen hat und wieder einmal verkompliziert statt vereinfacht hat. Was machen wir denn jetzt mit den Installationskosten für eine PV-Anlage? Wir erklären die Installationskosten in der Anlage haushaltsnaher Aufwendung als Handwerkerleistung. Die Handwerkerleistungen führen zu einer direkten Steuermäßigung von 20% bei Installationskosten von 5.000 Euro, also 1.000 Euro echte Steuergutschrift, progressionsunabhängig. Wenn die PV-Anlage mit Gewinnerzielung betrieben wird und 23.246 Euro gekostet hat, dann würde die PV-Anlage ohne einen Investitionsabzugsbetrag nur durch die Sonder-AFA und die normale AFA zu einer Steuerminderung von 3.021 Euro führen. Anschaffung im Januar und Steuersatz von 40% unterstellt. Da zeigt sich, dass diese rückwirkende Steuerbefreiung durch den Gesetzgeber für das Jahr 2022 betrachtet gut für den Staat ist und schlecht für den PV-Betreiber. Und das wurde dem PV-Betreiber rückwirkend eingeschenkt. Wir halten diese rückwirkende Schlechterstellung für unzulässig und führen daher Musterprozesse. Damit Ihnen der Steuervorteil nicht einfach geraubt wird, müssen Sie den Verlust aus der PV-Anlage, der sich im Wesentlichen durch diese Sonder-AFA und der laufenden AFA ergibt, in der Einkommenssteuererklärung 2022 erklären. Die Anschaffungskosten erklären Sie inklusive der Installationskosten mit 23.246 Euro. Die 20%ige Sonder-AFA 4.649 Euro. Und die laufende AFA bei Anschaffung im Januar 2022 und der degressiven AFA 2.905 Euro. Hatten Sie im Jahr 2021 einen Investitionsabzugsbetrag von 10.000 Euro abgezogen, dann erklären Sie die Anschaffungskosten von 23.246 Euro nach IAB-Verrechnung nur noch mit 13.246 Euro bei den Zugängen. Die Sonder-AFA beträgt dann 2.649 Euro und die degressive AFA 1.655 Euro. Ja, jetzt haben wir die Installationskosten zweimal doppelt erklärt. Einmal bei den Handwerkerleistungen und einmal in der EÜR. Den gleichen Aufwand zweifach Steuermindern zu berücksichtigen, das geht natürlich nicht. Und wir weisen daher das Finanzamt auf unsere doppelte Angaben oder doppelte Erklärung hin. Zum Hauptvordruck können wir ergänzende Angaben zur Steuererklärung machen. Wir erklären, die Kosten für die Installation der PV-Anlage wurden entsprechend Textziffer 28 des BMF-Schreibens vom 17.07.2023 als Handwerkerleistung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Installationskosten bei den Anschaffungskosten für die PV-Anlage in der Anlage EÜR und AV-EÜR erklärt, weil die rückwirkende Steuerbefreiung als unzulässig erachtet wird. Bei Berücksichtigung der gewerblichen Einkünfte aus der PV-Anlage sind dann aber natürlich die Installationskosten als Handwerkerleistung zu streichen, zu kürzen. Was macht jetzt das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung? Das Finanzamt wird die Installationskosten entsprechend der Fiktion im BMF schreiben, welche durch ein falsches Gesetzeskonzept notwendig wurde, als Handwerkerleistung berücksichtigen. Und das Finanzamt wird die Verlustverrechnung in 2022 im Hinblick auf die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 Einkommensteuergesetz ablehnen. Was machen Sie als PV-Betreiber? Sie legen gegen den Einkommensteuerbescheid oder einen negativen Feststellungsbescheid unbedingt Einspruch ein, damit Sie Ihr Recht auf die Verlustverrechnung nicht verlieren. Die Mitglieder im 7G-IAB-Komplex können die Vorlagen wie den Einspruch und die Einspruchsbegründungen nutzen. Mit der Vorlage über die Totalgewinnprognose können Sie für Ihre PV-Anlage auch den notwendigen Totalgewinn nachweisen. Wir behaupten, dass das mit unserem Tool fast jedem PV-Betreiber gelingt. Kommen wir noch zum zweiten Punkt. Wir hatten Ihnen im letzten Video die Absetzung der Anschaffungskosten und die notwendige Gewinnhinzurechnung bei einem Investitionsabzugsbetrag gezeigt. Die Gewinnhinzurechnung ist notwendig, da Sie sonst schon aus diesem Grund den bisher anerkannten Investitionsabzugsbetrag verlieren und es auf die zweifelhafte Auffassung der Finanzbehörden gar nicht mehr ankommt. Sie werden, wie viele andere PV-Betreiber auch, einen Steuerbescheid mit Steuernachzahlung erhalten. Bei der Anlage AV-EÜR hatten wir die um den Abzugsbetrag geminderten Anschaffungskosten mit 13.246 Euro berücksichtigt und die Sonder-AFA und die laufende AFA davon ausgehend berechnet. Die laufende AFA hatten wir als lineare AFA mit 5% berücksichtigt, wegen der Anschaffung im April 2022 mit neun Zwölftel. Das waren 496 Euro. Im Jahr 2022 ist aber alternativ zur linearen AFA auch noch die degressive AFA möglich. Die degressive AFA beträgt das 2,5-fache der linearen AFA, also 12,5% und beträgt 1.242 Euro. Sie berücksichtigen also im Jahr 2022 bitte die höhere degressive AFA. Dies führt zu einem höheren Verlust. Wer bisher keinen Investitionsabzugsbetrag abgezogen hat und die PV-Anlage in 2023 geliefert bekommt, der sollte unser Video am kommenden Sonntag anschauen. Wir sprechen darüber, ob Sie in der Einkommensteuererklärung 2022 noch einen Investitionsabzugsbetrag abziehen können, obwohl der Gesetzgeber im Dezember 2022 rückwirkend die PV-Anlagen steuerbefreit hat. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.